So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO und es ist soweit, Koronis ist vorbei, Quarantäne ist auch vorbei, also Koronis ist eigentlich immer noch da, weltweit auf der Welt, also wenn ihr auch Koronis kennt, schreibt es mir in die Kommentare, aber wir sind draußen, denn es ist wieder mal Raid Boss Wechsel, riecht ihr die Luft, das riecht nach Zuckerwatte, das sind noch die Reste von Darkrai, mit der Zuckerwattenfrisur, Darkrai ab 10 Uhr dann nicht mehr in den Raids, beziehungsweise ab 10 Uhr der Eierwechsel, jetzt kommt Herakium, Kobalium und Viridium. Wir wollen wieder einen Community Raid machen, ich zeige euch jetzt mal hier den Community Tab, da zeige ich euch die Leute, die ich jetzt 11.05 Uhr zum Community Raid einlade und anders als sonst, wo man gezielt hinschreibt, zum Beispiel Lugia Community Raid, wissen die Leute jetzt beim ersten nicht, was es ist. Ihr habt abgestimmt, ihr habt gesagt, das steht hier, Moment, das steht, wo steht es denn? Hier unten steht es, guck, auf Terrakium warten, weil das das Beste ist, ne, Überraschungs Raid, ja, deswegen machen wir jetzt den Überraschungs Raid. Diese Runde weiß nicht, was geradet wird. Die zweite und dritte Runde weiß es dann, denn dann muss ich ja, wenn ich auf die zwei anderen gehen will, kann ich nicht einfach hin und kann dann gucken, wie die, äh, äh, und so weiter. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, denn das ist Pupsi. Pupsi ist auch da, guck, da steht sie, wie so ein kleiner Marshmallow und wir gehen jetzt mal hier drauf, wir haben das hier gepostet, 11.05 Uhr, Surprise Community Raid. Jetzt haben wir hier die Leute, die wir einladen, die lesen wir euch auch kurz vor, die haben wieder ein Herz bekommen, die nehme ich gleich alle mit. Wir haben Schenaya, wir haben Leon, wir haben Austria, Chilzen, Cheviart und Sascha. Auf dem einen Handy und auf dem anderen Schrotti, Fanrate, Goa, MK, Gusi, Darin, Nikolaus und Madu. Ja, Rest hat es leider nicht geschafft, aber Jochen am Start, Jochen, der gute Jochen und ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, es ist auch noch eine Umfrage offen, diese hier nämlich. Ihr dürft entscheiden, wir machen diese Woche Samstag, diese Woche Sonntag und nächste Woche Sonntag Community Raids mit den neuen Legendären. Jedes Pokémon bekommt aber genau nur einen Tag. Ihr solltet dazu entscheiden, was wir diesen Samstag zuerst machen wollen. Leute, die nicht da sind diesen Samstag und unbedingt Terrakium Raids machen müssen, die wählen natürlich nicht für diesen Samstag Terrakium. Also, ihr solltet nicht wählen, welches Pokémon ihr am coolsten findet. Oh mein Gott! Ihr solltet nicht wählen, welches Pokémon ihr am coolsten findet. Denn wenn ihr dann am Sonntag reinkommt und sagt, so jetzt hier, wo ist Terrakium, habe ich abgestimmt für. Dann habt ihr Pech, dann habt ihr es nämlich für Samstag gewählt. Also wählt weise, nehmt wirklich das Pokémon für den Tag, wo ihr könnt. Und wenn ihr Samstag sowieso nicht könnt, dann wählt unbedingt ein anderes, dass das drankommt und euer Pokémon für euren Tag noch gesaved ist. So wie es aussieht, werden wir aber trotzdem Samstag mit Terrakium starten. Finde ich schade, ich hätte mit Terrakium für den letzten Tag aufgehoben, weil es einfach, weiß ich nicht, mein Lieblings-Pokémon ist von den dreien. Ich werde jetzt fix noch was fangen, die Handys ausbreiten. Wir stellen euch heute hier drauf auf diese orange Tonne und melden uns dann gleich zurück, wenn wir einladen. Mal gucken, wer das Hunderter bekommt oder ein Shiny oder irgendwas anderes. GoTool-App, habe ich auch wieder vergessen. GoTool-App müssen wir doch rein, müssen wir uns doch den Hunderter-Wert merken. Von allen, weil wir ja nicht wissen, welches dran ist. Ich werde heute auch keine Pokémon auswählen, ich habe gestern ein Video dazu gemacht, welche Konda und was alles möglich ist. Wir merken uns einfach 1727 bei Cobalium und Viridium und 2113 bei Terrakium. Ja, kriegt ihr doch Sinn. 1727 und 2113. Also irgendwas mit 17 und 21, wisst ihr Bescheid. 17 und 4 ist das dann, 21, das Spiel. So, es hat natürlich wieder mal super funktioniert alles, deswegen gab es ein kleines Missgeschick. Ich musste den Raid jetzt auf 11.20 Uhr verschieben. Es sieht auch richtig kacke aus, wenn du da drinnen stehst und alles so orange ist. Ich werde jetzt mit den zwei iPhones auf jeden Fall eine private Lobby aufmachen, die fünf Leute einladen. Jetzt muss ich wieder gucken, das ist wieder ganz kompliziert. Private Gruppe erstellen. Taubsi-Mauzi-Mauzi. So, drücken wir hier mal drauf. Gehen hier rein, gehen hier rein. Laden bei beiden ein, jeweils die fünf. Habe ich mir alle markiert, das seht ihr jetzt leider noch nicht. Ihr seht jetzt nur mein Main-Account. Austria, Chevy, Genaya, Leon, Madu, Fanrate, Nikolaus, Schrotti, Gussi, Darit und Sascha. Die sind jetzt auf jeden Fall alle eingeladen. Sobald die drin sind, werde ich natürlich die Lobby öffentlich machen. Werde dann auch mit dem Main-Account hinterher schlüpfen. Wie Pupsi es macht, weiß ich nicht. Hast du jetzt den Gruppencode? Pupsi ist schon drin. Gut, Pupsi ist schlau. Eigentlich hätte ich in der Zeit natürlich auch den. Auf was warte ich eigentlich? Ich habe doch Zeit. Jetzt könnte ich doch eigentlich auch mit dem Gruppencode eintreten. Ein Problem sehe ich schon. Das sage ich euch aber gleich. Erstmal seht ihr. Dass es Terrakium geworden ist. Was ich richtig cool finde. Weil das ja der ist, den ich eigentlich jetzt die ganze Woche machen möchte. Mit dem freien Pass immer Terrakium-Raids. Und bei Raid am Mittwoch, bei der Raid Mania am Mittwoch bevorzugt auch Terrakium annehmen, wenn ihr einladet. Also wer Punkte möchte, ladet für Terrakium ein. Wir sind jetzt alle hier privat drin. Da ist Mewtwo vorne drin, Psycho-Konda. Hier ist Machomai. Mewtwo, da ist Gardevoir, da ist Metacross. Also alles so Psycho-Konda dabei. Und ein Ding ist mir aufgefallen. Das muss ich mal kurz. Der Gussi Darit, ne. Der hat sich eingetragen für diesen Raid. Und jetzt war in der Raid-Gruppe ein Raid. Der wurde gepostet. Der soll 11.20 Uhr stattfinden. Und da hat er sich auch eingetragen. Jetzt ist Gussi Darit hier eingetragen. Und Gussi Darit dort eingetragen. Aber er kann ja nur einen von beiden mitmachen. Wenn ihr Gussi Darit gesehen habt in der Lobby, schreibt es mal in die Kommentare. Gussi Darit hatte jetzt also die freie Auswahl. Ob er bei uns mitmacht, ob er bei den anderen mitmacht. Vielleicht hat er auch damit gerechnet, dass hier keine Einladung mehr kommt. Deswegen hat er sich schnell einen anderen gesucht. Ist jetzt blöd gelaufen. Trotzdem sehen wir 14. Was kein gutes Zeichen ist. Denn 10 Eigenladene plus 3 von mir sind 13. Plus 2 von Gussi sind 15. Dann ist das Zeichen eigentlich doch gut. Ihr seht, ich kann nicht rechnen. Das heißt, es würde eigentlich nur einer fehlen. Aber vielleicht ist genau dieser eine Gussi Darit. Dann ist das alles erklärbar. Das ist aber auch das Gute. Weil wenn Gussi Darit in der 5er Truppe, wo er sich eingetragen hat, nicht mitmacht. Dann sind die ja wieder weniger. Was schlimmer ist, weil man ja die Level nicht kennt. Und wenn die es dann zu dritt oder viert nicht schaffen. Weil der eingetragene Gussi Darit nicht kommt. Ist dann also besser. Er fehlt hier bei uns. Und macht trotzdem einen Raid. Hätte natürlich ein anderer Darplatz gehabt hier. Aber im Endeffekt habe ich es versemmelt. Also wurscht. Gucken wir mal rein auch. Wer hier erhöht ist. Ne Gussi Darit ist erhöht. Also Gussi Darit hat Punkte bekommen. Das heißt, Gussi Darit hat nicht gefehlt. Es muss irgendjemand anderes gefehlt haben. Ich habe auch mittlerweile jetzt schon wieder 2 Leute gelöscht. 2 Hyperfreunde. Die Hyperfreunde geöffnet haben. Was sicherlich auch daran liegt. Dass das Freundschaftslevel momentan schneller steigt. Hat sogar Wetterboost. Jetzt weiß ich den Wetterboostwert aber nicht. Wir gehen einfach mal kurz rein. 25,93. 25,98. Ich glaube irgendwas mit 26,40 muss es haben. 26,17. Auf dem großen ist auf jeden Fall der höchste. Der fetteste. Was hat Pupsi? 26,16. Und? 25,90 oder so. Shiny ist nicht dabei. Bei keinem hier. Habt ihr ein Shiny dabei? Schreibt es mal rein. Ansonsten ganz normal wieder eigentlich den Kreis einstellen, curven, warten, bis der angreift. Ist auf jeden Fall ein Pokemon, was schön zu fangen ist. Meiner Meinung nach. Weil es fliegt nicht. Es macht keine Rückwärts-Saldos. Es macht auch sonst keine Faxen. Es springt höchstens mal in die Luft. Aber ihr könnt den Luftsprung von dem Angriff unterscheiden. Denn das ist der Angriff. Das andere ist der Luftsprung. Und er geht nicht nach links und nicht nach rechts. Was ich an sich immer am besten finde. Wenn ich an andere Viecher denke. Cresselia, wenn Cresselia wiederkommt. Wie eklig das zu fangen ist. Wie geduldig ihr das sein müsst. Wie ihr da stundenlang immer warten müsst. Was ja bei Darkrai auch so war. Darkrai und Cresselia, die geben sich wirklich nichts. Die Kreise sind okay. Aber ich finde es wirklich schöner, wenn da so einen Klumpen in der Mitte hängt. Der auch aggressiv ist. Das heißt, der auch oft angreift. Und ihr einfach nur wartet, bis er angreift. Was er jetzt gemacht hat, weiß ich nicht. Da ist er wohl in eine Bananenschale getreten. Deswegen hat er seinen Fuß angehoben. Und er ist immer noch nicht drin. Machen wir aber hier ungefähr so. Immer schön warten. Ihr seht, der kann eigentlich nichts machen. Der wartet nur drauf, um ihn einfach fabelhaft zu fressen. Mehr macht er nicht. Der wartet und wartet. Und ist drin. Wir können ihn gleich mal bewerten. So gut würde er aber nicht sein. Ich mache momentan immer noch jeden Spezialtausch. Jeden Glückstausch mit Terrakium. Weil ich trotzdem da gerne einen Hunderter hätte. Aber nach der langen Dark-Reihe-Serie werde ich jetzt da nicht so exzessiv drum raiden. 15 Angriff ist da. Ist okay. Nehmt mal mal mit. Und ich möchte jetzt nochmal an euch appellieren. Denn es steht ja hier. Überall war angekündigt. Es ist Lichtfestival. Überall waren die News da. Überall, immer wenn ihr euch angemeldet habt. Die Ingame-Benachrichtigungen. Und man hat sich da intensiv mit beschäftigt. Manche, manche auch nicht. Wenn ihr jetzt nicht wisst, hä, was sind die Boni vom Event. Guckt halt mal in den Heute-Tab bei euch hier im Spiel. Es steht auch dabei. Freundschaftslevels erhöhen sich schneller. Wundert euch also nicht. Wenn ihr sagt, hä, wieso hast du mich gelöscht? Da standen zwei Tage. Ich habe aufgemacht. Und dann hast du mich einfach rausgenommen. Da war doch noch ein Tag übrig. Momentan geht es doppelt so schnell. Das heißt, wenn bei euch zwei Tage steht, lasst es zu. Ich lasse es auch zu. Ich habe gestern auch nichts aufgemacht. Aber zwei Leute habe ich jetzt schon rausgepackt, die halt das Freundschaftslevel getriggert haben. Die haben sicherlich kein Ei angehabt. Ich habe auch kein Ei angehabt. Einfach so als Denkanstoß in die Runde. Wer heute Abend vielleicht Geschenke macht, darauf achtet, dass ihr die zulasst und einfach wartet auf die Raid-Stunde oder auf den Sea-Day. Aber Sea-Day dauert ja noch. Dann macht es am Mittwoch in der Raid-Stunde. Das wäre auf jeden Fall besser. Wir suchen uns dann noch einen Terrakium-Raid. Wir suchen uns noch einen Cobalium-Raid, was dann vielleicht einfacher ist, weil man schon weiß, was es ist. Melden uns dann da zurück. Ihr könnt das Video hier angucken. Könnt mal reinschreiben, ob ihr ein Shiny bekommen habt, ob ihr ein gutes bekommen habt. Ich suche nur das 100er. Shinys habe ich genug. Und ja, peace out. Vorhaut, Vorhaut, euer Ramses und euer Pupsi. Werde ich's nicht euch. Zmir, tschüss.